Hier ein kurzes Video, wie du dich bei Discord und bei unserem Online-Treff Dingsda anmelden kannst. Als erstes musst du dir die App Discord in dem App Store herunterladen. Die App Discord ist kostenlos. Nachdem du Discord heruntergeladen hast, öffne die App und lege einen Account an. Entweder mit einer Handynummer oder mit einer E-Mail-Adresse. Nun wähle noch einen Benutzernamen aus. Am besten wählst du deinen Vornamen, damit wir in unserem Online-Treff Dingsda auch wissen, wer du bist. Nachdem du entschieden hast, wie du genannt werden möchtest, musst du dir noch ein Passwort überlegen. Du hast es fast geschafft. Jetzt musst du noch dein Geburtsdatum eingeben. Und die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung von Discord akzeptieren. Juhu, du hast es geschafft, dich erfolgreich anzumelden. Jetzt musst du nur noch unseren Server finden. Das ist ganz einfach. Klicke unten auf sich einem Freund bei Discord anschließen und trage dort unseren Einladungslink ein. Den kannst du auch da hineinkopieren. Du hast es geschafft. Da ist der Server Dingsda von den Jugendeinrichtungen Casablanca, Kagawa, Kanapé und Spielbox. Du kommst automatisch in den Raum Wartezimmer. Dort schreibe deinen Namen rein und wir begrüßen dich dort. Nun musst du einen kurzen Moment warten. Wir teilen dir die Rolle BesucherInnen zu und dann geht es schon ganz schnell weiter. Sobald du deine Rolle hast, kannst du auch in andere Bereiche gehen, die für dich freigeschaltet sind. Zum Beispiel auf dem Bereich Dingsda, der digitale Treff. Willkommen bei Dingsda. Wir können hier zusammen spielen, schreiben und sprechen. Wir freuen uns, dich ganz bald hier begrüßen zu dürfen. Wenn du noch Fragen oder Probleme beim Installieren oder Einrichten deines Account hast, kannst du dich gerne bei uns melden.